Heute geht es los mit dem zweiten Part unserer Entwickler-Tools. Auf geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zum zweiten Part unserer Entwickler-Tools und heute werden wir uns den Application-Tab mal etwas genauer ansehen. Was heißt, wie funktioniert das alles? Was sehe ich dort? Was kann ich da beeinflussen? Warum brauche ich es ab und zu? Und was kann ich dort machen? Also warum ist es wichtig für mich? Diese ganzen Funktionen werden wir uns heute einfach mal ein bisschen ansehen. Grundsätzlich, wenn ihr Fragen, Probleme oder Kritik oder sowas habt, unten in der Videobeschreibung ganz oben einen Link zu Discord, stellt eure Fragen, helft anderen, die mir Fragen beantwortet oder joint einfach der Community. Ansonsten, ja, fangen wir jetzt direkt an. Viel Spaß und auf geht's! So, los geht's mit dem heutigen Video. Ihr seht hier schon die Entwickler-Konsole. Wir sind auf der Webseite YouTube und im Prinzip werden wir uns heute damit beschäftigen, was wir alles unter diesem Application-Tab, der hier hinten zu sehen ist, ja, was sich da alles versteckt und warum ich finde, dass es zusammen mit der Konsole und Elements der wohl wichtigste Bereich der Entwickler-Tools ist und ich es in quasi jedem Projekt nutze, was ich anfange und was vor allem mit Angular gebaut ist. Prinzipiell, was sehen wir hier alles? Was heißt, wir haben hier einmal den Application-Bereich. Hier haben wir ein Manifest, das ist die Manifest.json. Was heißt, wenn die in eurem Verzeichnis liegt, wird hier dargestellt, hier wird mehr oder weniger einfach jede Menge Zeug hinterlegt. Wenn ihr beispielsweise wirklich Progressive-Web-Apps schreibt, kann man hier zum Beispiel nur Supply-It-Icon ist at least 120 Pixel, blablabla. Was heißt, hier könnt ihr beispielsweise ein Icon für eure Webseite festlegen und solche Geschichten. Was heißt, ihr könnt hier einfach jede Menge Informationen schreiben. Das ist einfach eine strukturierte JSON-Datei. Wie genau die aufgebaut ist, googelt einfach Manifest.json. Da steht alles, was ihr da reinschreiben könnt. Ob es wirklich viel bringt, eher wenig, weil auch, ihr seht ja hier, selbst YouTube hat das nicht wirklich vernünftig ausgefüllt, sage ich mal. Das nächste, was wir haben, sind Service-Worker. Vieles, was hier aufgebaute ist, basiert auf Service-Workern und wir werden hierzu auch noch explizit sehr detailliert darauf eingehen. Was heißt, was sind Service-Worker, wie funktionieren sie und so weiter. Das wird alles in einem zukünftigen Video kommen. Hier ist erstmal nur wichtig, ihr könnt sagen, ihr könnt mehr oder weniger filtern. Hier zum Beispiel Force-Disconnect vom Network. Was heißt, wir können sagen, dass Service-Worker gerade nicht mit dem Internet verbunden sind. Das ist halt zum Beispiel wichtig für das Testen von sowas wie Cache-Storage und Application-Cache. Aber ihr könnt auch hier Update und Reload, Bypass von Network und so weiter. Was heißt, ihr könnt hier jede Menge Service-Worker testen, ausprobieren und die debuggen vor allem. Und vor allem kann man hier halt die Sachen detailliert disablen bzw. updaten und so weiter. Was heißt, hier haben wir einen Service-Worker, der kommt von YouTube. Source ist sw.js. Wird irgendein UPU, ja, JavaScript-Fall sein. Wird wahrscheinlich sehr skriptisch sein, was der genau macht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Prinzipiell kann man hier aber Service-Worker testen. Wie gesagt, kommt ein detailliertes Video. Viel zu großes Thema für ein Übersichts-Video wie dieses hier. Dann haben wir Clear Storage. Ein Tab, der für auch nicht Web-Entwickler sehr interessant ist. Hier seht ihr nämlich, was eine Webseite alles bei euch speichert. Was heißt, hier seht ihr nicht die Größe der Website, sondern die Größe des Storage, die die Webseite bei euch anlegt. Zum Beispiel hier sehe ich, YouTube hat 953 KB von meinen knapp 300 GB, die ich frei habe, in Beschlag. Und hier sehe ich, aus was sich das zusammensetzt. Was heißt, hier kann ich auswählen, was ich alles löschen möchte. Kann auf Clear Side Data drücken und alles wird gelöscht. Ist sehr praktisch, wenn ihr irgendwas debuggt. Vor allem im großen Stil-Debug könnt ihr dann alles auf einen Rutsch löschen. Aber das kann man natürlich auch als Klammern Privatperson nutzen, um einfach eine Webseite mal wieder sauber zu machen. Das nächste, was wir haben, ist hier auch schon Storage. Und Storage ist wichtig, vor allem für Progressive Web Apps. Für normale Websites, sage ich mal, ist vor allem so etwas wie Cookies wichtig. Was heißt, wenn ihr beispielsweise mal überprüfen wollt, ob eine Webseite wirklich korrekt Cookies darstellt. Was heißt, Cookies erst erzeugt, nachdem ihr auf Ja bei Einverständnis gedrückt habt. In dem Moment sehe ich hier Cookies, sehe die Webseite und sehe exakt alle Cookies, die da genutzt werden. Was heißt, hier kann man überprüfen, ob eine Webseite überhaupt so eine Cookie-Warnung braucht, beispielsweise. Weil wenn hier nichts aufgelistet ist und ihr keinen Cookie nutzt, dann müsst ihr auch keinen Hinweis hinschreiben. Prinzipiell kann man hier halt Cookies debuggen. Ihr seht hier, was in den Cookies drin steht. Und das sind im Prinzip die klassischen Kekse, die man nicht essen kann. Prinzipiell haben wir dann hier oben die vier anderen Storage-Varianten, die wir nutzen können. Nämlich einmal Local Storage. Local Storage genauso wie Session Storage besteht aus Key-Value-Pairs. Was heißt, ihr habt immer ein Key und ein Value und könnt den hier debuggen. Was heißt, dieser Tab ermöglicht euch, zum Beispiel in eurem Local Storage zu aktualisieren, nach irgendwas zu filtern, zum Beispiel InnerTube, was heißt, zack, hat funktioniert. Oder auch alles zu löschen oder einzelne, die ich jetzt auswähle, das hier zu löschen. Prinzipiell Local Storage habe ich schon mal ein Video dazu gemacht. Wenn ja, schaut einfach auf den Channel. Und ansonsten ist Local Storage halt eine Speichermöglichkeit für Key-Value-Pairs, die auch besteht, nachdem der Browser oder das Fenster geschlossen wurde. Session Storage alternativ funktioniert genauso, wird allerdings in dem Moment gelöscht, wenn der Nutzer den Tab schließt, was heißt, die Session beendet. Grundsätzlich sind das hier Key-Value-Pairs. In den Values wird sehr häufig JSON verwendet, seht ihr auch hier. Prinzipiell ist das problematisch, wenn man hier sehr große Datenmengen reinschreibt. Das funktioniert nämlich nicht gut. Dafür gibt es die Index.db bzw. die WebSQL. Das hier sind nämlich Datenbanklösungen. Was heißt, wenn ich hier draufgehe, seht ihr schon, wir haben eine richtige Datenbankstruktur. Wir haben zwar auch Key-Value-Pairs, aber wir haben hier vorne auch eine ID. Und wir können hier deutlich strukturierte Informationen hinterlegen. Was heißt, wenn ihr aus welchem Grund auch immer eine Web-Application schreibt, die darauf basiert, dass ihr jede Menge Informationen habt, dann ist das im Prinzip der bessere Weg zu gehen. Warum Index.db und WebSQL nicht beide genutzt werden bzw. warum YouTube beispielsweise oder die Google-Dienste prinzipiell nur Index.db nutzen. Ich werde hierzu ein eigenes Video machen. Das ist ähnlich wie die Service Worker. Es ist einfach zu viel, um das jetzt hier in so einer Übersicht im Prinzip zu erklären. Warum wird das jetzt hier schon wieder nicht so richtig dargestellt? Machen wir das mal zu. Den nächsten Bereich, den wir haben, ist Cache. Was heißt, wir haben hier Cache Storage, Application Storage. Das ist mehr oder weniger die Cache API. Es basiert auf Service Workern. Was heißt, man wollte Service Workern ermöglichen, auch offline zu funktionieren. Was heißt, hier könnt ihr beispielsweise HTTP-Requests cachen, sodass im Prinzip, selbst wenn das Internet weg ist, dass bestimmte wiederkehrende HTTP-Requests weiterhin funktionieren, auch wenn beispielsweise, wie gesagt, der Server gerade nicht erreichbar ist. Ist ganz praktisch. Werde ich vielleicht in Zukunft ein Video machen. Ist allerdings, finde ich, nicht so entscheidend. Vor allem für, in Klammern, Beginner-Levels. Das nächste, was wir haben, ist der interessante Background-Service-Bereich. Dieser Bereich kann uns eine ganze Menge nettes Zeug zeigen. Und zwar einmal die Background-Fetch-API, die uns mehr oder weniger ermöglicht, große, also zu überwachen, was gerade alles runtergeladen wird. Ihr könnt hier oben einfach auf diesen Knopf drücken, Start Recording. Und in dem Moment, wenn ich irgendetwas runterlade, hier zum Beispiel DevTools, Record all Background-Fetch-Activities for up to three days. Und im Prinzip, wenn ich hier drauf drücke, sehen wir hier alle Dateien, die ich unterlade, beziehungsweise die ich beginne runterzuladen. Ihr seht, wann es startet, woher es kommt, was genau ich da gemacht habe. Das ist sehr praktisch, wenn ihr zum Beispiel so etwas anbietet wie einen Datei-Downloader. Da könnt ihr einfach überprüfen, ob beispielsweise der Download weitergeht, wenn der User im Prinzip den Tab geschlossen hat oder so etwas. Wie gesagt, sehr praktisch zum Debuggen, falls ihr irgendwie damit arbeitet. Background synkt, ist ähnlich. Gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, ist ein bisschen komplexer. Also interessant sind im Prinzip Notifications und Push-Messaging. Hier könnt ihr nämlich so lustige Sachen machen wie überwachen, ob die Webseite Push-Notifications schickt, beziehungsweise Notifications als solche. Und zwar nicht Notifications im Browser, das kann man halt auch überwachen, sondern auch Notifications, die an Betriebssystemen rausgehen. Was heißt, ihr kennt das wahrscheinlich von, alle Mac-User werden es kennen und die Windows-User mit Windows 10 mittlerweile halt auch, dass hier manchmal einfach Webseiten unten in der Ecke oder hier oben oder so in eurem Betriebssystem euch etwas sagen. Zum Beispiel, hey, jemand auf Facebook hat euer neues Profilbild geliked oder so etwas. Und das könnt ihr hier überwachen. Was heißt, wir werden in Zukunft ein Video damit machen. Wir mit den Web-Workern für Push-Notifications und so weiter umgehen. Und dazu werden wir diese beiden Bereiche sehr genau kennenlernen, weil wir damit eine ganze Menge debuggen müssen. Zum Payment-Händler werde ich in diesem Video nichts sagen, weil es hat etwas mit Payment zu tun. Es hat etwas Sicherheitsrelevantes zu tun und ich würde niemandem empfehlen, auf YouTube zu lernen, wie ich sicher relevante Payment-Methoden anwende und so etwas. Ich selbst werde auf diesem Channel niemals etwas mit Payment zeigen. Ich habe es in meiner Vergangenheit einmal gemacht, in ein paar Projekten, beziehungsweise mehr als einmal, aber hier kann man halt zum Debuggen von Payment-Händlern kann man das Ganze nutzen. Wenn ihr damit arbeiten müsst, werdet ihr wissen, was dieser Händler kann. Für Anfänger nicht wirklich relevant. Das nächste, was wir haben, ist hier in Frames. In Frames ist eigentlich nur so eine Übersicht quasi. Und zwar seht ihr hier schon Style Sheets, Scripts, Images und Fonts. Das heißt, ich sehe hier jede Schrift, die runtergeladen wird. Wenn ich hier drauf drücke, sehe ich jetzt auch, was das für eine Schrift ist. Und jetzt erziehe ich mir schon wieder das Ding. Dann sehe ich, wenn ich hier auf Images klicke, sehe ich jedes einzelne Bild. Ich sehe hier auch so eine kleine Vorschau. Was heißt, wo auch immer diese Bilder bei Google beziehungsweise bei YouTube liegen. Who knows? Das nächste, was wir haben, warum macht es das hier schon wieder? Ja, jetzt wieder offen. Keine Ahnung, was das immer für ein Fehler ist. Dann haben wir hier Scripts. Das heißt, wir sehen alle JavaScript-Dateien, die es gibt. Wenn ich hier drauf drücke, sehen wir halt den JavaScript-Code, der da drin steht. Ist ganz praktisch zum Überwachen, ob alle Dateien korrekt geladen werden. Und vor allem, ob wirklich alles auf der Seite irgendwie bedacht ist. Zum Beispiel komprimiert wurde oder nicht komprimiert wurde. Korrekt geladen wird, wie auch immer. Also sehr praktisch einfach zu überwachen und dasselbe auch hier für Style-Sheets. Was heißt, wir sehen hier den Quelltext, im Prinzip den Style-Quelltext, die einzelnen Dateien von YouTube in dem Fall. Was heißt, das hier ist mehr oder weniger der Application-Tab und der ist schon wieder verpackt. Interessant, vor allem ist er schon wieder verpackt. So, jetzt ist er wieder richtig. Was heißt, grundsätzlich findet ihr hier jede Menge Informationen, wenn ihr Progressive Web-Apps baut. Ihr könnt hier jede Menge debuggen und es ist sehr praktisch, vor allem für Local Storage, Session Storage, Cookies, aber auch vor allem für Service Worker und was wir halt in naher Zukunft machen werden für Notifications und Push-Nachrichten. Das Ganze ist halt ziemlich cool. Und ja, ich denke, damit sind wir auch schon am Ende dieses Videos. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Der ein oder andere konnte vielleicht noch was Sinnhaftes mit aufschnappen, vor allem, wenn man als Beginner diesen Tab vielleicht noch nie näher betrachtet hat, weil man sich immer nur in Elements und Konsolen betrachtet. Wir werden in Zukunft auch noch den Elements-Tab genauer betrachten, weil der ist vor allem für Frontend-Entwickler, die sich hauptsächlich mit JavaScript und HTML und CSS beschäftigen, wichtig. Weil hier könnt ihr jede Menge Zeug debuggen und damit werden wir, wie gesagt, in einem nächsten Video weitermachen. So, das war es schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, findet ihr unten in der Videobeschreibung, Twitter, Facebook, Instagram, sagt hallo. Ansonsten, wenn ihr diese Challenge supporten wollt, findet ihr dort auch Amazon Affiliate bzw. YouTube Membership, wo ihr diesem Channel etwas supporten könnt und einige Gimmicks bzw. Features bekommt, die die anderen vielleicht nicht sehen. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, viel Spaß und ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017